Miley Cyrus wurde in ihrem üblichen Style in Los Angeles gesehen. Der ehemalige Disney-Star trug wieder mal ein sehr freizügiges Outfit, als sie nach einem Fotoshooting in Brentwood auf dem Weg zu einem Freund gesehen wurde. Miley entschied sich für einen weißen BH und eine Kamouflagehose für das Treffen. Die 20-Jährige scheint keine Gelegenheit zu verpassen, um ihre trainierte Figur zu zeigen. Liam Hemsworths Verlobte ist mittlerweile bekannt für ihren skandalösen Auftritt bei den MTV VMAs, als sie einen Schaumstofffinger für sexuelle Andeutungen nutzte. Der Erfinder des Schaumstofffingers, Steve Schimelar, ist darüber empört und sagte in einem Interview, es sei erniedrigend, wie sie den Gegenstand entwürdigt habe. Es scheint, Miley kann nicht aufhören, Leuten auf den Geist zu gehen. Muffs�� Muffs Muffs